Fischfilet mit Ras E.L. Hanout Brösel Kruste, ein Hauch von Orient am Feierabend, für 2 Personen 20 Zubereitung, 15 Garen pro Portion, ca. 555 Kilokalorien, 41 Gramm E.W., 31 Gramm F., 27 Gramm K.H., 1,5 Bio-Rouge, 2 Mini-Pak-Choy, Klammer auf Ersatzweise, eine Staudemangold, Klammer zu, 3 Esslöffel Butter, 13 Esslöffel Semmelbrösel, 10 Gramm Parmesan-Salz, 1,5 Teelöffel Ras E.L. Hanout, Klammer auf Ersatzweise, Chili-Pulver und gemahlenen Koriandermischen, Klammer zu, 350 Gramm dickes Fischfilet, Klammer auf zum Beispiel, Rotbarsch, Seelachs, Klammer zu, 1 große Tomate, 1 Esslöffel, getrocknete Cranberries, Klammer auf Ersatzweise, Rosinen, Klammer zu, 2 Esslöffel Sahne und Pfeffer, außerdem, 1 kleine Ofenfeste Form, eine türkische Liga Butter für die Form 1, den Backofen auf 200 Grad vorheizen, die Orange heiß waschen, abtrocknen und Schale fein abreiben, die Pakhoi waschen, die Strünke abschneiden, weiße Stiele in Streifen schneiden, die Blätter in breitere Streifen schneiden, während des Schnippelns schon gut 2 Esslöffel Butter in einer kleinen Pfanne schmelzen, 2 Die Semmelbrösel in der heißen Butter ganz kurz anrösten, inzwischen den Parmesan reiben, die Pfanne vom Herd ziehen und etwas Salz, Ras El Hanout, den Parmesan und die Orangenschale untermischen, die Form mit Butter ausstreichen, 3 Fischfilet waschen, trockentupfen und in 2 Stücke teilen, die Stücke in die Auflaufform legen, die Tomate waschen, den Stielansatz herausschneiden, Tomate in dünne Scheiben schneiden und auf den Fischstücken verteilen, Bröselmischung darauf streichen und die Fischstücke im heißen Ofen, Klammer auf Mitte, Klammer zu, 10 bis garen, 4 inzwischen restliche Butter, Klammer auf knapp 1 Esslöffel, Klammer zu, in eine Pfanne erhitzen, Die Pakhoi Stiele darin 2 bis andünsten, dann die Blätter, die Cranberries, etwas Wasser und die Sahne, dazugeben und alles noch etwas offen einköcheln lassen, das Gemüse mit Salz, Pfeffer und eine Prise Ras El Hanout würzen, Pakhoi mit den Fischfilets aus dem Ofen auf 2 Tellern anrichten und genießen,